Herzlich willkommen bei unserer EnBW einfach erklärt Videoserie. Mein Name ist Tina und ich arbeite im EnBW Kundenmanagement. Der MyEnergyKey ist eine Kombination aus E-Mail-Adresse und Passwort, mit dem Sie sich bei allen Services der EnBW und Ihren Partnerunternehmen anmelden können. Mit dem MyEnergyKey möchten wir unseren Kunden ermöglichen, mit einem einzigen Zugang alle Energiethemen zu verwalten, komfortabel und sicher. Freuen Sie sich darauf, alle unsere Angebote eng miteinander verbunden zu erleben, vom Laden Ihres Elektroautos über die Solaranlage auf dem Dach bis hin zum Heimspeicher im Keller. Für alle Anliegen Ihres Energiebedarfs benötigen Sie künftig nur noch einen Zugang. Locken Sie sich einfach heute noch ein und erstellen Sie in wenigen Schritten Ihren persönlichen MyEnergyKey. Wir kümmern uns dann im Hintergrund darum, dass alle Ihre Daten und Verträge mit Ihrem neuen Login verbunden werden. Sie möchten einen neuen Energiedienst nutzen? Dann achten Sie auf das MyEnergyKey-Zeichen. Damit können Sie sich ganz einfach einloggen. Wenn Sie noch Fragen haben, verlinken wir Ihnen hier weitere EnBW einfach erklärt Videos.